Hi Leute herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ihr seht es vielleicht hier schon, ich werde anfangen mit Angry Birds und ich werde auch anfangen mit Agario, das werde ich euch dann auch noch im nächsten Video sagen. Und ich werde anfangen mit, vielleicht kennt es, vielleicht kennt es nicht, mit Uniwar. So, naja, dann muss ich erstmal noch alles wieder richtig laden. Ja, ja, also ich gehe raus, so sieht es vorne aus, Uniwar. Dann drückt man auf Play, ja, und dann geht es weiter. Aber ich werde das alles in jedem einzelnen Video noch sagen. Ich habe hier auch noch Subway Surf, das können wir auch nochmal zusammen spielen. Dorfleben habe ich auch noch drauf. Ich weiß nicht, ob das euch so interessiert. Boom Beach habe ich noch, da habe ich schon mal ein Video gemacht. Und natürlich Clash of Clans. Ich zeige euch nochmal alle hier, für was interessiert ihr euch am meisten. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Ja, Leute, haut rein. Ciao, ciao!